Es war einmal in einem kleinen Städtchen da, lebte ein Mädchen namens Barbara. Und diese Barbara war im ganzen Land für ihren aber die guten Rhabarberkuchen bekannt. Ja, man konnte sagen, dass Barbaras Rhabarberkuchen ohne... Es war einmal in einem kleinen Städtchen da, lebte ein Mädchen namens Barbara... ... ein Mädchen namens Barbara. Und diese... Und dieser Kuchen war geradezu bombastisch. Und die Nachfolge nach... Die hatten von Rhabarberkuchen erfahren... Was für eine Kuh! Sie fordern bei Barbara Yitakon! Rhabarberkuchen ohne wenn... Eine geradezu magische Erfärme! Rhabarberkuchen... Baga... Anakon... Bbbbbbb... Die rhabababababaren... Pff... Magische Markatsu! Was? Ja, dieser Kuchen war geradezu bombastisch. Genau! Es war einmal in einem Feinstädchen da, lebte ein Mädchen namens Barbara. Und diese Barbara war im ganzen Land für ihren abweilig guten Rhabarberkuchen bekannt. Ja, man konnte sagen, dass Barbaras Rhabarberkuchen ohne Wenn-und-aber-gar eine geradezu tragische Erfahrung war. Aber okay, aber ja, dieser Kuchen war geradezu bombastisch. Und die Nachfrage danach erstarkte drastisch. Barbara öffnete noch im selben Jahr eine Bar und nannte sie Barbaras Rhabar-Bar. In der Stadt gab es auch ein paar Barbaren, die Ratten von Barbaras Rhabar-Bar-Bar erfahren. Und da sie fortan jeden Tag bei Barbara waren, nannte sie man bald die Rhabar-Bar-Bar-Bar.